Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Werners TD-Bahn und seiner fröhlichen Bastelstunde Spur TD. Was soll ich sagen? Da bin ich schon wieder. Und zwar, wie versprochen, geht es jetzt hiermit los. Also mit der Angelegenheit, Häuser mit den Attini zu beleuchten, hat den Vorteil, dass ich von Prinzip her keine teuren Schaltmodule brauche. Man kann auch gewisse Sachen darstellen mit den 4018, zum Beispiel von DigiCase, was Beleuchtung anbetrifft und Neonlicht und, und, und. Habe ich ja teilweise auch schon in manchen Sachen eingebaut und gemacht und getan. Meine ganze Güterabfertigung, meine, die Gebäude hier hinten am BW und so, die sind alle mit den 4018 beleuchtet. Funktioniert prima, aber das ist halt eine preiswertere Variante und es ermöglicht innerhalb eines Hauses mit einem Baustein wirklich mehrere Sachen zu schalten. Und das finde ich echt cool. Das ist eine echt geniale Sache. Und da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Ich bin da jetzt auch noch am Anfang. Ich habe das jetzt hingekriegt, dass man das programmieren kann. Ich zeige euch, was ich da an Materialien nehme, was für Werkzeuge, in Anführungsstrichen, ich brauche zum Programmieren und so weiter und so fort. Die Grundanschaffungen, um das programmieren zu können oder um das komfortabel programmieren zu können, belaufen sich, Pi mal Daumen, Mausen, Knopf, so um die 30 bis 40 Euro. Das ist die Investition, die ich... Es geht auch preiswerter. Ja, aber sagen wir mal bis 40 Euro und dann habt ihr alles zusammen, was ihr braucht, um den Artini auch in Serie programmieren zu können. Ohne jedes Mal irgendwelche Kabel stecken zu müssen oder sonst irgendwas. Kann man sich so ein Artini dann für jedes Haus nehmen. Wenn ich das jetzt grob überschlage, das machen wir dann auch noch genauer, bin ich wohl so... Es war früher preiswerter. Inzwischen sind die Artinis auch wesentlich teurer geworden, sind bald doppelt so teuer wie früher. Aber ich bin, wenn ich so ein Artini nehme und die Beleuchtungsangelegenheiten dazu fürs Haus, bin ich bei drei, maximal vier Euro pro Haus und habe aber wirklich eine gute Darstellung. Und wenn ich einfach nur so einen stinknormalen Bungalow habe, wie ich es dann da oben am Bergsee mache, da kommt entweder mal ein Fernsehflaggern rein oder ein Licht rein. Dann nehme ich für die fünf Gebäude, die ich da habe, nehme ich einen Artini und beleuchte die alle fünf damit. Das kann man auch machen. Desto größer das Haus ist, desto mehr Beleuchtung hat man ja oder möchte man haben. Soll ja nicht alle Italien gleich leuchten oder so. Was ich jetzt finde, wenn man das einmal raus hat, den Dreh mit den Artini, wesentlich komplizierter ist, ist die einzelnen Räume einzurichten in den Häusern. Gibt es verschiedene praktikable Varianten, die man nehmen kann. Und ja, das hier ist mein erstes. Da habe ich, das hatte ich ja schon mal gezeigt, da habe ich die Hartfaserplatten genommen. Und es geht aber auch mit Karton, also mit so Bastelkarton, schwarzem Bastelkarton. Es gibt direkt Boxen, die man an die Fenster kleben kann, wo die LEDs reinkommen und so weiter und so fort. Also da gibt es da Möglichkeiten, viele. Und ja, da sind dann davon, dass hier auch keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, hier soll es eigentlich hauptsächlich um den Artini gehen. Der mit den Arduino programmiert wird. Und wo der Arduino eigentlich nur ein durchlaufender Posten ist, den brauchen wir aber dann halt zum Programmieren. Und ja, wie das jetzt funktioniert. Was ich da so alles gemacht habe, zeige ich euch. Ich war da auf sehr, sehr vielen Seiten im Internet unterwegs. Da, bei vielen Seiten ist es halt sehr verwirrend. Und ja, im Endeffekt, habe ich es zusammengekriegt und es funktioniert. Und wie ich das jetzt alles so gemacht habe, zeige ich euch. Und wünsche euch viel Spaß dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Teil wird oder ob es zwei Teile werden. Vielleicht sogar drei. Aber ich denke mal, mit maximal zwei Teilen werden wir hinkommen. Vielleicht kriegen wir es sogar in den einem unter, wenn ich es ja endlich mal aufhöre mit Quasseln. Also, bis dann. Tschüss, euer Werner. Danke fürs Zuschauen. Wer neu da ist, Daumen hoch. Abo dalassen. Jetzt fange ich wieder an mit neu da ist, Daumen hoch. Also, wer neu da ist, Abo dalassen. Wem es gefällt, Daumen hoch. Wen nicht, Daumen runter. Damit muss man halt auch leben als YouTuber. Man kann nicht allen alles recht machen. Und Kommentare sind gerne gesehen. Und, ja, wie gesagt, schaut es euch an, was hinten dran noch kommt. Ersten Teil, vielleicht ist erster Teil abschließend. Dann sage ich das zum Schluss. Sollte ein zweiter Teil kommen, erwähne ich dieses auch noch. Also, bis dann. Tschüss, euer Werner. Danke fürs Reinschauen. Und viel Spaß beim Nachmachen. So, da sind wir mal ganz kurz auf der Seite. Im Internet. Also, hier ist meine Materialübersicht, die ich so benutzt habe. Das hier ist zum Beispiel der Arduino Uno Rev3. Den habe ich. Das ist der originale. Also, das ist das Originalteil vom Originalhersteller, vom Erfinder dieses Geräts. Und, ja, genau. Und dieser kostet dann 23, also 24 Euro, sagen wir mal rund. Wenn man dann hier runterblättert, also hier jetzt nochmal von vornherein. Keine Werbung, weder für Mauser, was ich jetzt zeige, Ebay, Amazon oder sonst irgendwas. Ich kriege hier für niemanden Geld. Ich mache hier für niemanden Werbung. Das sind einfach nur die Seiten, wo ich einkaufe, wo ich was hole. Ja, also, genau. Also, keine Werbesendung hier. Es gibt dann noch diesen hier. Der kostet, naja, sieben Euro weniger. Gehen wir da mal drauf. Ist vom Prinzip her genauso aufgebaut wie der andere. Die PIN-Belegung, alles dasselbe, logischerweise. Hier hat man den Vorteil, dass dieses Kabel gleich mit dabei ist. Weil das ist ein USB-Stecker, den hat man nicht alltäglich zu Hause. Das steht fest. Kann man jetzt machen, wie man will. Man kann jetzt dieses No-Name, sage ich jetzt mal, Produkt nehmen. Oder halt das Original. Das überlasse ich jedem selber. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe jetzt halt die Originale genommen. Ob die hier schlechter oder besser sind, kann ich wirklich nicht beurteilen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass viele im Netz auch die No-Name benutzen und damit immer noch oder auch sehr zufrieden sind. Also, ich persönlich habe jetzt die Originalen. Das muss jetzt jeder wirklich für sich entscheiden. So, das war jetzt so viel zu diesem Gerät. Jetzt auf der zweiten Seite. Das hier ist jetzt die Platine, von der ich geredet habe. Habe ich schon von der geredet? Nee, Quatsch. Das ist jetzt die Adapter-Platine. Die wird aufgesteckt direkt auf den UNO. Wie das funktioniert, die passt auch auf den No-Name. Wie das funktioniert, zeige ich euch nachher. Und da kann ich verschiedene Atinis programmieren. Den Achtfüßler. Alles, was es so gibt bei den Adapter-Platine. Da kann ich die einfach reinstecken. Und muss nicht jedes Mal Kabel von Arduino zum Atini ziehen aufs Probierbrett oder Board oder wie das auch immer heißen mag. Sondern ich kann die hier einfach ganz einfach reinstecken und dann wieder rausziehen und dann ist das erledigt. Was ganz, ganz wichtig ist, das muss ich euch ganz doll ans Herz legen, ist diese Auswölbung hier vorne. Bei diesen, die ist immer auf der selben Seite. Und da ist dann auch die Beschriftung, hier jetzt zum Beispiel bei dem kleinen U2, immer den Atini so reinstecken, dass die Ausbuchtung des Atinis mit der Ausbuchtung dieses Steckers übereinstimmt. Also da wäre hier praktisch der Punkt, dann hat man hier die Ausbuchtung, dann ist nämlich hier Plus und hier unten diagonal runter wäre dann das Minus. Das ist ganz wichtig. Dreht ihr die rum, gibt es einen försterlichen Kurzschluss. Der Arduino ist kaputt und wenn es ganz dumm läuft, geht noch euer USB-Port am PC kaputt. Also hier müsst ihr wirklich äußerste Vorsicht verhalten lassen und wirklich den Atini so einstecken, dass die Ausbuchtung übereinstimmt. Also der darf nicht verpolt werden. Verpolt ihr den, geht das ziemlich schlimm aus. Ich habe das zum Glück, ich gebe es jetzt ehrlich zu, ich habe das zum Glück an meinem alten Laptop, den habe ich immer so zum Versuch genommen. Der ist halt schon etwas lahm und ja, er ist halt alt. Ich habe mir einen neuen geholt und den habe ich dann immer mal so zum Versuch genommen. Der steht da in der Ecke rum und wenn ich mal so einen Versuch mache, da kann ich den auch mal mit in die Stube nehmen und kann das unten im Wohnzimmer machen. Und bin ich immer hier oben im Eisenbahnzimmer. So, und ich habe das dummerweise wirklich total verpeilt und habe den Verkehr drum reingesteckt. Deswegen kann ich das jetzt wirklich anhand persönlicher Erfahrungen sagen. Euch, die Platine selber bleibt ganz. Der Arduino geht kaputt und bei mir hat es die USB-Hubs. USB-Ports, also die USB-Ports zerstört am Laptop. Der Laptop läuft zum Glück noch. Ich habe dann auch mal im Netz nachgeguckt. Ich bin nicht der Einzel mit diesem Problem, dem das schon passiert ist. Es kann sogar so weit gehen, dass an dem PC oder an dem Laptop gar nichts mehr geht. Ich habe jetzt das Glück, dass wenigstens noch der Laptop so läuft und der hat ja auch einen Steckplatz für eine SD-Karte. Also da könnte ich immer noch was speichern und mitnehmen. Aber USB oder so anschließen ist jetzt nicht mehr. Also da würde ich darauf achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann sind wir hier bei dem, um was es eigentlich geht. Und ich habe diese hier. Die Atini 45-20PU. Und ihr seht, hier sind wir auf der Seite von Mauser gelandet. Gibt es auch woanders. Gibt es auch bei Reichelt. Bei Reichelt sind sie knapp 60 Cent teurer. Also da gibt es verschiedene Anbieter. Reichelt hat sie zur Zeit auch nicht. Deswegen, ich habe die ersten bei Reichelt bestellt. Da hat er sie noch gehabt. Da habe ich 10 Stück bestellt. Dann wollte ich nochmal 10 nachbestellen. Dann gab es die nicht. Da habe ich die 85er bestellt. Jetzt habe ich nochmal weitergesucht. Jetzt habe ich hier bei Mauser gefunden. Da sind sie erstens mal billiger. Und zweitens mal hat er sie. Ja, so ist es halt. Also wenn ihr hier 25 nehmt, da seid ihr bei 1,46 das Stück. Ist, finde ich, ein recht guter Preis. So, dann gibt es halt noch die 85er. Die sind etwas größer in Speicherkapazität. Ich hoffe, ich rede mich jetzt hier nicht im Kopf und Kragen. Ganz so tief in der Materie stecke ich auch noch nicht drin. Aber soweit ich weiß, hat er eine höhere Speicherkapazität. Da sind wir halt bei 1,59, wenn wir 25 nehmen. Das ist halt ein Ausweich, wenn es die 45er nicht gibt. Kann man auch die nehmen. Man kann dann halt auch warten. Also es läuft ja eigentlich nicht weg. So. Dann. Das hier sind die Versuchsboards. Was ich damit mache, zeige ich euch nachher auch noch. Die brauchen wir auch. Also eins davon. Die gibt es halt hier dem Dreierpack. Dieses Dreierpack. Ähm, 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 ähm. Ist immer da. Kostet 9,99. Die gibt es auch gelegentlich einzeln. Muss man da mal schauen. Wo, wie man was findet. Dann. Sind das hier die Kabel. Die brauche ich auf jeden Fall. Diese Steckkabel sind ganz wichtig. Brauche ich. Und drauf zu achten auf beiden Seiten. Stecker. Also es gibt auch die Kabel. Sind beide Seiten Buchsen. Oder eine Seite Stecker. Eine Seite Buchsen. Also beide Seiten Stecker. Die Kabel brauche ich. Die kosten jetzt 4,99. Äh, ja. Da sind drin. Weiß ich jetzt gar nicht. 40 Stück. Also. Dann. Nehme ich. Um die. Dann. Zu löten. Also für die Hausbeleuchtung. Das herzurichten. Diese Leiterplatten hier. Und die nehme ich auch für vieles andere. Also die kleinen Lochrasterplatinen hier. Sind echt Gold wert. Äh. Kosten jetzt 12 Euro. Und das sind. Äh. Muss ich jetzt auch noch mal gucken. 50 Stück. Also. Könnt ihr euch dann ausrechnen. Was der eine kostet. Und dann bin ich jetzt hier nochmal bei Reichelt. Da kann man die locker kaufen. Das sind die Sockel. Die ich nehme. Um dann die Atinis auf der Leiterplatte. Äh. Äh. Die Adapter für die Leiterplatte. Also das wird auf die Leiterplatte aufgelötet. Und da kann ich oben ein Antini einstecken. Und wenn ich ihn mal neu programmieren will. Oder der kaputt sein sollte. Oder was weiß ich. Kann ich den hier auch wieder rausziehen. Und hab den nicht fest auf der Platine angelötet. Sondern nur den Sockel. Und so ein Sockel kostet 4 Cent. Also. Ist vertretbar. Man kann auch die Hochwertigeren nehmen. Die hier. Die kosten dann halt 20 Cent. Die LEDs. Und äh. Widerstände habe ich jetzt nicht rausgesucht. Äh. Aber wir können doch das. Wir können jetzt das Fazit ziehen. Also wenn ich jetzt den Antini nehme. Für 1,46. Also 25 Stück. Kostet dann einer 1,46. Äh. Nehme so ein Stückchen von der Lader. Ich brauche ja nicht die ganze Laderplatte. Ein Stückchen von der Laderplatte. Und den Fuß. Da bin ich, äh. Fürs Grundgerät ohne die Beleuchtungselemente. Ohne die Widerstände. Und ohne die LEDs. Bei 2 Euro. Also. Und dann, wenn ich dann noch, äh. Die LEDs und sowas dazu nehme. Sagen wir mal. Man kommt wirklich maximal auf 3 Euro. Für eine Hausbeleuchtung. Und das ist absolut top. Weil wenn man im Netz guckt. Ähm. Hausbeleuchtung fertig kaufen will. Da ist man dann mal locker mit. Mit 10, 15, 20. Geht sogar bis hoch bis 40 Euro. Äh. Äh. Ja. Also. Ich denke das lohnt sich auf jeden Fall. So. Und da bin ich nochmal. Also. Ich hatte das schon mal gesagt in einem Video. Mit dem Netzteil. Das hier ist das Netzteil. Was ich mir da gekauft habe. Also. Das hat. Eine Leistung. Äh. Wo steht's. 300 Watt. 60 Ampere. 300 Watt. Also. Da kann man schon einiges dranhängen. Wie gesagt. Hier. Hier. Ist jetzt ganz deutlich zu sehen. Punkt 1. Das ist. Klicken wir mal drauf. Da haben wir es. Das ist der gefährliche Punkt da dran. Das hatte ich schon mal erwähnt. Dieses Netzteil muss so verbaut sein. Dass weder ihr. Noch eure Kinder, Enkel oder sonst wer. Zu Schaden kommen können. Also es muss in einen. Zumindest. Hier. Eine Abdeckung her. Dass da niemand. Irgendwie auch nur im geringsten. Äh. mit diesen spannungsführenden Teilen. In Verbindung kommt. Das ist ganz wichtig. Wer dieses Netzteil benutzt. Benutzt dieses auf eigene Gefahr. Es gibt auch andere Netzteile. Die Steckernetzteile. Die haben dann halt eine geringere Kapazität. Ich habe mich für dieses Netzteil entschieden. Erstens mal. Weil es drei Ausgänge hat. Ich kann hier drei Leitungen legen. Und. Ich habe mich dafür entschieden. Weil es eine relativ hohe Leistung hat. Und ich nicht hier zehn. Äh. Übertriebenerweise. Zehn Steckernetzteile. Unter der Eisenbahnanlage liegen habe. Hier mit zigtausend Verlängerungsschnüren. Oder sonst irgendwas. Also das ist jetzt meine Entscheidung. Die habe ich für mich getroffen. Punkt. Auch mit den anderen Teilen. Also hier ist es auch wichtig. Es steht hier auch explizit drin. In der Beschreibung. Ähm. Dass es. Die Amperezahl liefert. Die gefordert wird. Also hier ist es erklärt. Er braucht ihr 30 Ampere. Bringt das Teil 30 Ampere. Werden 50 Ampere geliefert. Wenn er 50 braucht. Wenn ihr über die 60 Ampere. Die dieses Gerät. Ähm. Liefern kann. Verbraucht. Liefert dieses Gerät. Diese 60 Ampere. Nicht mehr. Und wird. Infolge. Schäden. Äh. Davon ziehen. Wenn es. Dauerhaft überlastet. Oder wenn es überhaupt. Wenn es überlastet wird. Also. Diese 60 Ampere. Nicht überschreiten. Und das gilt genauso. Für den Atini. Wie gesagt. Die Atinis. Die werden mit 5 Volt. Betrieben. Deswegen. Dieses 5 Volt. Netzteil. So. Jetzt hoffe ich. Habe ich eindringlich genug. Darauf hingewiesen. Also. Egal welche Bauteile. Ihr verbaut. Nicht über die Belastungsgrenze gehen. Das endet mit der Zerstörung. Und kann schlimmstenfalls. Mit einem. Brand enden. Ganz wichtig. Ich übernehme keinerlei Haftung. Für euer. Basteleien. Ich zeige euch. Wie ich das mache. Ich kann das hier daheim. Verantworten. Wenn ihr das. Bei euch. Zu Hause. Nachbaut. Baut ihr das auf eigene Gefahr nach. So. Jetzt nochmal ganz kurz am Schluss. Habt ihr mich wieder am Hals. Also. Hier seht ihr. Schon mal. So den Kleingraben alles. Es werden doch zwei Videos. Also. Wir sind jetzt schon bei über 20 Minuten. Ich. Mache ein zweites Video. Dann stelle ich euch vor. Wie ich was. Hier. Gesteckt habe. Und gemacht habe. Wenn es klappt. Dann noch die Programmierung. Ansonsten kommt die Programmierung. Im dritten Teil. Weil das will ich dann schon. Ausführlich machen. Weil. Da muss man schon ein bisschen genauer drauf eingehen. Glaube ich. Wie gesagt. Ich war in zig Videos unterwegs. Und. Bis ich das dann so richtig raus hatte. Ich versuche es. So gut wie möglich zu erklären. Und deswegen kann es sein. Dass es doch drei Teile werden. Wir sehen zu. Aber ich glaube. Das kriegen wir im zweiten Teil alles unter. Also. Bis dann. Und. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich weiß. Das war jetzt ein ziemlich trockenes Video. Aber. Das nächste wird besser. Versprochen. Aber ohne Theorie halt keine Praxis. Gell. Bis dann. Tschüss. Euer Werner. Und danke fürs Reinschauen. Ich weiß. Das lista. Bis dann. Zweig. Untertitelung des ZDF, 2020